Hier sieht man Offizier natürlich nicht in einzelnen Züllen, sondern der gesamte Block. Wir sind eine Gesellschaft, die in einem Block marschiert. Jetzt erwartet uns eine Besonderheit. Es hört sich zumindest ein bisschen anders an. Sie ist Landsknecht-Trommel. Eine einmalige Kombination von Parfaren-Tobas. Das ist auch nicht mehr in dieser türkischen Marschmusik. Ne, das ist ein Parfaren. Eine gewählte Schillinger, der Thomas. Das stolze Schaffier-Verfahren. Das ist eine Kombination von zwei Klangkörpern. Da ist natürlich auch, dass jetzt ein neues Vorkommen wird. In diesem Fall nicht. In diesem Fall ist das ein einmaliger musikalischer Luchs. Ein Interessant. Sollten wir uns alle hören. Ein Austaus計es. Homem. Wie werden wir? Auf. Das ist eine Jur Yellowen. Wie WA typically steht, mit 2 Centralzug, wie immer noch Künzer und gesagt. Diese Mar��는 R ET. Der Gemätsgläser war es heute gleich gut, das Bundesverfahren von Mausfurt und die Freunde, mit denen ich auch schon produziert habe. Der Gemätsgläser war es heute mit einem neuen Becken, ihr habt ihr geschenkt bekommen von meinem Taubo.